Guten Morgen. Es ist 4.5 Uhr und es geht los. Ich gehe heute schnuppern an das Laborantin. Wir sind hier im Versuchslabor bei der EMS Chemie. Ich habe jetzt eine Rückflussapparatur aufgebaut. Jetzt siehst du zum Beispiel, wenn ich es ein bisschen Essig für die Ampidur dazu lasse, dann siehst du nachher wie es kultureller bleibt. Parafilme benutzt man im Labor hauptsächlich. Dafür zum Chemikalien abdecken, damit kein Fremdstoff hineinkommt und nichts was dann raus geht. Hier haben wir so ein Blimey gemacht. In jedem Versuch habe ich immer so einen Beschreib, wie ich mir das vorgehebe. Es ist extrem viel, verschiedene Sachen zu machen. Jeder Versuch ist wieder anders. Es ist mega toll. Amp. 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 Untertitelung des ZDF, 2020